Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier bei der Fanta im Arena. Heute kümmern wir uns mal wieder um die Baustellen im Europapark. Der Winterzauber ist am vergangenen Wochenende gestartet und so war ich natürlich wieder im Park und habe euch neues Material mitgebracht, über das wir hier gemeinsam sprechen wollen. Falls euch Videos aus Freizeitparks oder auch von Kirmesplätzen interessieren, dann seid ihr hier genau richtig, dann würde ich mich auf jeden Fall auch über ein Abo und euren Daumen freuen. So, jetzt geht's aber los. Dieses Mal starten wir aber in Österreich, denn dort gibt es ja die Baustelle zur Tiroler Wildwasserbahn und zum Alpenexpress Enzian, die beiden Attraktionen, die jetzt seit Sommer wieder neu aufgebaut werden. Und ja, was soll ich sagen, die Baustelle wächst und wächst und wächst. Wenn ihr euch nochmal das letzte Baustellenvideo anschaut, was gar nicht so lange her ist, da sieht man schon wirklich extreme Unterschiede, gerade was diese Bauten dort angeht. Da werden Wände komplett neu hochgezogen. Es wird immer größer und viel imposanter. Und ich bin sehr gespannt, was dieser neue Teilthemenbereich Österreich ja dann im nächsten Jahr alles bietet. Und die meisten Aufnahmen, die ihr hier seht, sind im spanischen Bereich aufgenommen worden, weil man da halt einfach den besten Blick auf die Baustelle momentan halt hat. Und da ist mir was aufgefallen. Es gibt nämlich einen runden Bau, der ja an dieser Stelle praktisch die Baustelle so ein bisschen abschließt. Es gibt ja in Spanien den Rundgang logischerweise, wo die ganzen Besuchermassen halt gehen können. Und da grenzt ja immer der Shop an. Spoiler, den Shop gibt es nicht mehr. Den hat man dem Erdboden gleich gemacht. Und ja, alles das, was praktisch früher Shop war, das gehört jetzt zur Baustelle. Und dahinter gibt es halt diese hohen, hochgezogenen, langen, runden Wände, die halt auch natürlich zur Baustelle gehören. Mich interessiert auf jeden Fall brennt, was da geschaffen wird. Ob das nachher ein Teil von diesem Bergmassiv halt ist oder halt auch, ja, was anderes. Da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen warten, denn momentan, ja, noch sehr kahl. Aber das wird sich in den nächsten Wochen und Monaten auf jeden Fall ändern. Was man halt auch schon aus verschiedenen Perspektiven sehen kann, ist die Fahrrinne von der Wasserbahn. Man hat ja auch die alte Abfahrt stehen lassen und ja, oben halt praktisch einfach abgekattet. Jetzt muss man natürlich gucken, dass man halt die Wasserbahn natürlich auch wieder da ran führt. Und in der Kurve sieht man halt schon, ja, die ersten Anzeichen einer Fahrrinne. Und von dort aus wird es dann irgendwann verbunden werden, natürlich mit einem Lift nach oben, wo es dann halt nachher nur noch heißt, so, einmal runter und nass werden bitte. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, vor kurzer Zeit wurde ein neues Artwork zu diesem Themenbereich Österreich oder diesem Teilthemenbereich von Österreich veröffentlicht. Ich glaube, das war sogar auf der Pressekonferenz zum Winterzauber. Und ja, wenn man jetzt dieses Artwork sich mal anschaut und auch wirklich gerade vor der Baustelle steht, dann kann man wirklich halt schon sehen, in welche Richtung es geht und wo sich da was befindet. Und ja, ich glaube, das Artwork macht es halt noch ein bisschen klarer und ich freue mich sehr, was da im nächsten Jahr kommen mag. Aber für alle Fans, die halt mit dem Europapark groß geworden sind und halt auch noch, ja, die ganze Diamantenhöhle halt kannten, die muss man halt leider vertrösten. Denn der neue Bereich kommt komplett ohne große Halle aus. Man sprach in der Pressekonferenz davon, dass es irgendwie in irgendeiner Art die Zauberwelt der Diamanten wieder geben mag. Aber ja, ohne diese große Halle, keine Ahnung, wie man das halt machen möchte. Roland Mack hat da in einem Nebensatz mal kurz von gesprochen. Es geht sich halt eher um ein österreichisches Bergmassiv, wo man rüber klettern kann mit Schluchten und mit Brücken, wo man halt, ja, die beiden Attraktionen auch passieren kann. Und halt von, ja, verschiedenen, ich sag jetzt mal, Aussichtsplattformen einen perfekten Blick auf die Wildwasserbahn hat und halt aber auch auf den Alpenexpress Enzian. Weiter ist mir aufgefallen, an der Station der Panoramabahn in Spanien, da wird auch gebaut, da ist ein kleines Gerüst aufgebaut worden. Und hinter dieser Station befindet sich ja dann praktisch direkt die Baustelle und dort kann man halt auch sehen, wie Felsen dort entstehen. Und was da genau jetzt an der Station gemacht wird, kann ich nicht sagen. Es sieht halt auch eher aus, als ob das irgendwie so ein Zugang wäre über das Dach in diesen Bereich halt rein, gerade weil da oben halt auch so ein paar Felsen da halt rausragen. Ich bin gespannt, ob das so bleibt, weil, ja, wenn man dann halt natürlich in Spanien da vorbeigeht und vor der Station stehen würde, dann würde man ja praktisch diese Felsen da halt rausragen sehen, die ja eigentlich überhaupt nichts mit Spanien zu tun haben. Aber ich denke, da wird auf jeden Fall noch eine Lösung gefunden und wir sind ja noch lange nicht an der Eröffnung. Das heißt, da wird sich auf jeden Fall noch einiges tun. Winterzauber ist vielleicht auch nochmal ein kurzes Stichwort, denn mit dem Winterzauber erhält auch immer das Riesenrad Bellevue Einzug in den Park. Und jetzt, wo das Riesenrad wieder da steht, hat man natürlich, ja, eine komplett andere Perspektive, einen komplett anderen neuen Blick, auch auf die Baustelle von Österreich, denn die ist ja praktisch angrenzend. Und so kann ich euch hier jetzt auch nochmal ganz kurz ein paar Aufnahmen von oben präsentieren. Und ja, die Baustelle ist wirklich riesengroß. Ich bin wirklich richtig hyped auf das, was da kommt. Es wird auch hier einen komplett neuen Zug geben vom Alpenexpress Enzian. Ich denke mal, dass es derselbe Typ und dieselbe Art von Achterbahnzug sein wird wie bei Max und Moritz im Efteling. Da gefällt mir leider das Bügelsystem nicht so gut, weil diese Bügel doch schon für Erwachsene oder Leute, die ein bisschen mehr auf den Rippen haben, doch schon ein bisschen sehr arg eng sind. Und ich hoffe, dass es im Europapark nicht so ist, gerade, ja, weil das eine Bahn sein soll, ja auch für alle. Natürlich muss die Sicherheit immer gegeben sein, das steht außer Frage. Aber wie ich halt schon erwähnt habe, bei Max und Moritz, auch ein Powered Coaster, auch von Mack Rides, sind die Bügel sehr, sehr eng. Das ist halt das neue Achterbahnmodell, den Alpenexpress beziehungsweise Powered Coaster. Die gibt es ja schon wirklich sehr, sehr lange und da hat man sich jetzt für die neueren Versionen, die halt ausgeliefert worden sind, ein neues Bügelsystem ausgedacht. Das ist halt ein bisschen enger. Vielleicht liegt es auch immer so ein bisschen an, ja, dem Park selber, wo die Achterbahn halt steht. Vielleicht wollte Efteling es halt auch so haben, dass halt noch kleinere Kinder mitfahren können. Deswegen muss vielleicht der Bügel noch ein bisschen enger sitzen. Wer weiß das schon. Ich würde mir auf jeden Fall freuen, dass es im Europapark ein bisschen anders sein wird. Wir wechseln die Baustelle und natürlich sprechen wir auch nochmal kurz über Voltron. Voltron, die neue Highlight-Achterbahn, ja, die im nächsten Jahr eröffnen wird. Dann als Zusatz praktisch auch noch Österreich mit den zwei weiteren Attraktionen. Also das Europaparkjahr 2024 wird gigantisch werden. So viele neue Attraktionen, glaube ich, gab es noch nie bei, ja, einer neuen Saison. Voltron grenzt ja an Griechenland an und steht im neuen Themenbereich Kroatien. Wenn man jetzt in Griechenland steht und auf das Gebäude von Voltron schaut, dann hat man einen perfekten Blick, denn das Gerüst ist weg und auch das Gebäude ist nicht mehr abgehangen. So kann man die ganze Gestaltung des Gebäudes schon sehr gut erkennen. Und wenn man dann halt den Standort nochmal ein bisschen wechselt und zum Eingang praktisch geht von der Zirkus-Revue, dann kann man da halt noch einiges mehr entdecken. Zum Beispiel, dass der Shop, den es dort am Eingang halt geben soll, da soll ja ein sehr großer neuer Merch-Shop entstehen, jetzt auch eine Tür bekommen hat und auch ein Fenster. Auch das wurde jetzt schon mal eingesetzt. Außerdem sieht man halt, ja, sehr viele Details an dem Gebäude, wie zum Beispiel das Zeichen für den elektrischen Widerstand. Und wer in der Schule aufgepasst hat, der weiß, dass der elektrische Widerstand in Ohm gemessen wird. Und diese Verzierung, nenne ich sie jetzt mal, die zeigen in eine bestimmte Richtung und zwar in Richtung Griechenland. Und wenn man dann halt guckt, was ist denn das überhaupt für ein Symbol für den Widerstand? Das ist das große griechische Omega. Und ich weiß jetzt nicht, ob das gewollt ist, aber auf jeden Fall ist dann halt da schon so ein ganz kleiner Bezug zu dem benachbarten Themenbereich Griechenland dann halt auch schon gegeben. Und die ganzen elektrischen Einheiten sind ja Bestandteil auch der Story rund um, ja, Voltron und Nikola Tesla. Außerdem sieht man das Zeichen für den elektrischen Widerstand ja auch im Logo von Voltron, denn auch dort sieht man ein Omega. Im letzten Baustellen-Update hier auf meinem Kanal habe ich ja ein weiteres Gebäude entdeckt, was auf der rechten Seite gelegen von dieser Baustelle hochgezogen worden ist. Also praktisch, wenn man sich jetzt den Zaun wegdenkt, genau da, wo der Eingang auch der Zirkus-Revue aktuell ist. Und dieses Gebäude wurde auch weiter aufgebaut, ist jetzt komplett fertig. Ja, und ist halt praktisch etwas abseits gelegen von dem großen Hauptgebäude von Voltron. Was da nachher reinkommt, kann ich nicht sagen. Vielleicht kann man da halt nachher die Fotos kaufen oder es gibt halt einfach nur, ja, einen kleinen Shop, wo man halt was zu trinken kaufen kann. Man weiß es nicht, da bin ich jetzt auch nicht zu tief drin. Aber auf jeden Fall sieht das Gebäude jetzt noch mehr nach Gebäude aus, als noch vor ein paar Wochen. Zudem entsteht gerade ein neuer Turm und zwar ja an einer Stelle, wo Bremsen verbaut sind. Sieht halt so aus, als ob das halt als Nottreppe dienen würde. Das heißt, wenn mal, ja, Personen evakuiert werden müssten, dass man dann halt dort durch diesen, ja, verkleideten Turm dann die Person in Anführungszeichen retten könnte. Auch konnte ich weitere Gegenstände entdecken, die wahrscheinlich als Theming dienen wären. Sieht aus, als ob das halt so ein Teil von so einer großen Spule ist. Und diese Gegenstände liegen aktuell, ja, auf der Rückseite des Stationsgebäudes. Wenn man also aus Russland auf die Baustelle schaut, dann kann man die entdecken. Auch der zweite Wadencliff Tower soll bereits den Europapark erreicht haben. Der wurde aber bisher noch nicht verbaut. Aber auch der gehört ja zur Geschichte, zu der ihr ja bereits im Traumzeitdom und jetzt auch im 4D-Kino ja schon ein Teil der Geschichte erfahren könnt. Zudem habt ihr bestimmt mitbekommen, dass der erste Voltron-Zug in der Zwischenzeit halt auch den Pack erreicht hat. Also der Zug wurde geliefert und wurde halt auch schon auf die Schiene gesetzt. Da fehlt eigentlich noch komplett alles. Also da sind noch keine Sitze drauf und auch Gestaltungselemente, die vermisst man da. Es ist praktisch nur der Unterbau, auf dem man, ja, Gewichte drauf montiert hat. Und damit testet man jetzt langsam mit und mit. Und damit wird es jetzt in nächster Zeit wohl die ersten Probefahrten geben. Die ersten paar Zentimeter, Meter hat der Voltron-Zug auf der Schiene auch schon wohl absolviert. Denn im Launch hat man so ein bisschen, ja, den Zug hin und her rollen lassen. Mehr war es noch nicht. Aber das ist ganz normal und so wird in den nächsten Wochen und Monaten immer ein bisschen mehr draufgelegt, bis dann halt praktisch der Zug von Voltron eine komplette Runde fahren wird. Momentan ist man da bestimmt noch ein bisschen so auch in den Abstimmungen. Aber der erste Zug ist jetzt da und rollen kann er auch und alles andere werden wir bald sehen. Und ich glaube, es wird ein sehr toller Moment, wenn man halt wirklich den Zug das erste Mal komplett über die Schiene fahren sieht. Aber bis dahin ist es noch was Zeit. Aber auch dann bin ich natürlich wieder mit einem Video am Start. Deswegen abonniert diesen Kanal, um keine Videos zu verpassen. Weder in Form eines Shorts oder halt hier auch als normales Video. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Wenn ich wieder im Park bin, dann könnt ihr euch sicher sein, ich bringe euch wieder neues Material mit. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zugucken und auch fürs Zuhören. Wie gesagt, abonniert, wenn ihr Bock habt. Und lasst ein Like da bei Fragen. Gerne die Kommentarfunktion nutzen. Und wir sehen uns ganz, ganz bald wieder hier bei der Funtime Arena. Macht's gut und bis dann. Tschüss.